Es gibt eines am Samstag quasi tödlich vor Mittagessen, eines dann nach Kaffee und Kuchen, genauere Zeiten folgen später und das dritte Ende eben nach morgen des Sonntagsrennen. So sieht es dann nämlich auch aus. Und sie stehen da alle schön aufgeweiht und warten, dass sie auf die Einführungsrunde geschickt werden. Es gibt uns die Möglichkeit natürlich ein bisschen mal durch die Startaufstellung zu schlendern, somit mit Ihnen zu sagen, wer da ganz vorne und wo steht es. Ja, also hier ist dann los, wenn der Start Nummer 12 geht, man soll sich die dann ganz vorne. Und sie ist bloß hier nochmal. Und das ist dann klar, dass wir das mit der Start Nummer 12 sehen. Und dann haben wir durch den Start der Start. So sieht das noch nicht aus. Also hier ist aber kein Auto. Das ist ja nicht so. Good luck.